Loredana zieht Rentner ihr Paar 650.000 Euro ab, Kurentalks. Ich wollte kein Video machen, weil ich sonst die Hells Angels jetzt an den Fersen hätte und das will ich einfach nicht. Des Betrugs kennt die Loredana wahrscheinlich am meisten wegen ihrer Musik. Immerhin hat sie auf Spotify sehr, sehr viele Songs, die über 30 Millionen Aufrufe erzielt haben. Allerdings hat sie, bevor sie mit ihrer Musik und Instagram durchgestartet... Eigentlich schon jetzt sehr traurige Zahlen. Zumal ich auch sagen muss, ich finde Loredana, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, Ich finde aber Loredana rein musikalisch auch absolut nicht gut. Also es gab bisher einen einzigen Song von den ganzen Songs, den ich okay fand und das war dieses Jetzt rufst du an. Der Rest war wirklich, das konnte ich mir nicht reinziehen, das war mir ein Stück weit zu belastend. Es geht wirklich auf keine Kuhhaut und das ist schwierig. Einem Rentner-Ehepaar, ähm, ja, das komplette Leben zerstört. Also man kann es auch nicht anders ausdrücken. Es geht um die Sache zwischen Loredana und Petra Z. Am Anfang werde ich euch erklären, wie momentan so der Stand ist. Danach werde ich euch erklären, wie Loredana und ihr Bruder Petra Z. um über 700.000 Schweizer Franken betrogen hat. Umgerechnet sind das ungefähr 665.000 Euro, die Loredana den beiden abgezogen hat. 20 Minuten CH hat schon vor einem Jahr über diese ganze Sache berichtet. Nun gibt es ein neues Interview von Petra Z., wo sie nochmal darüber redet, wie es ihr mit der... Ich habe halt Reetalk noch kein einziges Interview gesehen von dieser Petra, aber sehr belastend sowas. Momentan Situation geht Spoiler nicht ganz so gut. Sie ist seit der Loredana Sache extrem verschuldet und konnte nicht mal die Beerdigung ihrer eigenen Mutter zahlen, obwohl das nur 3.300 Euro gewesen sind. Nachdem die beiden alle Fixkosten abgezogen haben, bleiben den beiden gerade mal 188 Euro im Monat zum Leben. Also nicht allzu viel. Dadurch, dass sie sogar ihrer verstorbene Mutter 28.000 Euro schuldet, wollen auch die Geschwister hier nicht einspringen, sondern Petra Z. muss die Beerdigung leider komplett alleine zahlen. Top 10 Geschwister 2020, meine Freunde. Sie ist in Behandlung wegen psychischen Problemen, die sie seitdem hat und hat auch Selbstmordgedanken. Loredana hat also das Leben von Petra Z. einfach mal komplett hops genommen und einfach mal so beiläufig zerstört. Einfach nur, um sich selbst zu bereichern. Ja, vor allem die, also jetzt bei Loredana, das Ding ist halt, durch die Musik hat sie ja auch viel Geld gemacht. Ich glaube, die hat da, über eine Million hat die allein schon mit Musik gemacht. Und da frage ich mich, warum sie das nötig hat, jemanden 650.000 Euro oder 700.000 Schweizer Fangen abzuziehen, was gar nicht geht. Also was wirklich gar nicht geht. Und ich kann, also wie kann man jemanden supporten, der sowas macht? Also sorry, aber den kannst du nur mit Ignoranz, kannst du versuchen, die, äh, ja, kaputt zu machen, sag ich mal. Erfolgreich geworden. Durch ihre Musik, aber auch bei Instagram hat sie über 2,5 Millionen Follower. Denkt ihr, sie ist irgendwann mal zu dem Entschluss gekommen, ach, ich hab der komplett das Leben zerstört und die will sich sogar das Leben nehmen. Vielleicht gebe ich ihr das Geld jetzt lieber mal zurück, wo ich mehr Geld mache als Unge. Nein, natürlich nicht. Ihre Anwälte haben zwar einen Vergleich vorgeschlagen, waren allerdings nur über 350.000 Schweizer Franken. Also die Hälfte von dem, was die Petra Z weggenommen hat. Und natürlich wird sowas nicht angenommen. Warum sollte man nur die Hälfte nehmen, wenn einem alles zusteht? Deswegen ist doch gerade der Hälfte... Lachs. ...Hashtag Boykott Loredana in den Twitter-Trends und auch bei Instagram, ja, ähm, sehr oft zu sehen. Bei Instagram zum Beispiel sieht man unter ihren Fotos halt nur noch diesen Hashtag oder andere Kommentare, die was mit Petra Z zu tun haben. An dieser Stelle möchte ich aber ganz... Ich habe übrigens auch bei Twitter einen Tweet rausgehauen mit, äh, Hashtag Boykott Loredana, einfach aus dem Grund, da steht halt bei ihr, wenn man jetzt bei Loredana-Vermögen, ähm, googelt, ne, dann sieht man einfach, sie hat eine Million Euro, ähm, Vermögen, steht da. Also ganz ehrlich, ich hätte dann auch fast eine Million Euro, wenn ich jemanden 990.000 Euro abziehen würde. Ich würde sagen, dass es jetzt natürlich nichts bringt, sie einfach nur dumm zu beleidigen oder runterzumachen. Was sie gemacht hat, ist menschlich halt absolut abstoßend, gar keine Frage. Aber trotzdem sollte man immer mit Fakten kommen und nicht mit Beleidigungen, weil sonst ist man selber kein Stück besser. Kritik ja, Beleidigung bitte nicht. Naja, man ist trotzdem besser, weil man nicht so eine Scheiße gemacht hat. Also das muss man schon sagen, wenn man... Ähm, mein Mann ist trotzdem besser, wenn man... Vielleicht, keine Ahnung, jemand, also beleidigen ist nicht gut, ne. Aber man ist schon besser als die Person, die dann jemand abzieht, die jemand wirklich schadet, als das. Eine alte Frau und ihren Mann halt wirklich so krass abzuziehen, dass sie wirklich ihre komplette Ersparnisse verlieren und wohl auch ihre Eigentumswohnung finanziell jetzt einfach komplett down sind und sich Petra sogar überlebt hat, das Leben zu nehmen. Ist halt wirklich eigentlich so krank, wenn man da mal drüber nachdenkt, wie lange Loredana das durchgezogen hat, dass man sich echt fragt, warum so eine Person überhaupt noch auf freiem Fuß ist. Ich meine... Mich würde es auch generell mal interessieren, wie Loredana die Frau abgezogen hat. Weil ich meine, 600.000 Euro, also sorry, aber das ist halt so viel Geld, das ist extrem, extrem viel Geld. Wie menschlich abstoßen kann man eigentlich sein, einem Menschen halt so was anzutun? Ich meine, du hast einfach das komplette Leben dieser Person zerstört und dir ist es ja anscheinend doch einfach vollkommen egal. Du zeigst gar keine Reue oder sonst irgendwas. Ich meine, fehlt dir da irgendwas Soziales im Kopf? So, du hast diese Person einfach fast umgebracht. Ist dir das einfach kackegal oder was? Aber was ist damals überhaupt vorgefallen? Angefangen hat alles mit ihrem Bruder. Und hier muss ich halt leider auch sagen, dass Petra halt wirklich mit Abstand eine der dümmsten Personen ist, die ich jemals gesehen habe. Und ich weiß, das sage ich in meinen Videos öfters, aber ihr werdet im Video schon noch merken, dass das hier wirklich einfach Realtog ist. Sie hat in einem Chatroom den Bruder von Loredana kennengelernt. Der hat sich natürlich unter falschen Namen dort angemeldet. Sie haben halt ein paar Monate hin und her geschrieben, haben sich dann irgendwann in einem Café getroffen und hat ein bisschen gesprochen miteinander. Dann meinte der Bruder auf einmal so, äh, jo, äh, ja, meine Mutter muss operiert werden, ähm, aber die ist nicht krankenversichert. Deswegen geht das nicht in Deutschland, sondern es muss in Marokko gemacht werden. Ich habe das Geld aber nicht. Hättest du vielleicht 87.000 Schweizer Franken für mich? Und ich meine, was macht man natürlich, wenn man eine Person zwei Monate übers Internet kennt und sie das erste Mal sieht? Ach, Bruder, natürlich gebe ich dir das Geld. Hä, das ist doch klar. Brauchst du vielleicht noch eine Niere? Meine Wohnung kannst du dazu auch direkt haben. Den Privatschüttiger? Ach, nimm den ruhig. Wenn du den brauchst, alles gut. Da weiß ich halt wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Natürlich haben die beiden das dann irgendwann herausgefunden und wollten halt das Geld wieder zurückhaben. Dann kam es halt noch dämlicher. Und zwar hat der Bruder von Loredana... Das ist halt so dumm, wirklich. Also alleine... Aber wie naiv manche Menschen sein können, das tut mir immer wieder weh. Also so offensichtlich. Weißt du, extrem offensichtlich. Egal, wie gut man mit jemandem ist, auch in kurzer Zeit, das macht man nicht. Vor allem solche Summen. Ach du Scheiße, das hat wirklich mega dämlich. Ich finde, dass ich das hier vortragen muss und das wirklich so passiert ist. Das ist krass. Der Bruder hat dann gesagt, dass er das Geld in einem Casino erspielen könnte, weil er da jemanden kennt und der das dann wahrscheinlich irgendwie so macht, dass der da Geld rausholt. Dafür braucht der Bruder von Loredana aber wieder Geld, um das halt zu machen. Und Petra hat ihm dann nochmal Geld gegeben, damit er im Casino spielen kann. Und zwar weitere ungefähr 120.000 Schweizer Franken. So dass sie ihm am Ende... Einfach mal 100.000. Also Leute, ganz ehrlich. Also wenn ich Glück habe im Casino, dann könnte das viel Geld werden. Weil ich könnte das ja auch einfach mal 1.000 nehmen. Da habe ich einfach 10 Millionen. Wenn ich Pech habe, dann habe ich einfach gar nichts. Dann hast du mir einfach 120.000 einfach sinnlos überwiesen. Wie du... Also wie naiv. Weil diese Frau, die muss das doch auch verstehen, dass Casino sowas von... von dem nicht ist. Weil bei Casinos... Rat mal, warum Casinos überleben. Weil die meisten Minus machen. Rat mal, wie es mit dem gelaufen wäre. Er hätte wahrscheinlich genauso Minus gemacht. Also es ist mega dumm. Also mega, mega dumm. Ende 200.000 Schweizer Franken geliehen hat. Das ist Realtalk. Du hast... Was, 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 was? Am Ende... ... ungefähr 120.000 Schweizer Franken. So dass sie ihm... ... am Ende 200.000 Schweizer Franken geliehen hat. Das ist Realtalk. Ach, die beiden zusammen. Du hast eine Person, die dich abgezogen hat. Um 87.000 Schweizer Franken. Der dich komplett von vorne bis hinten belogen hat. Und dann sagt diese Person dir, ja, ey, ich hole das Geld wieder. Ich brauche aber vorher noch mal Geld von dir. Und du gibst ihm das. Sie waren halt auch bei der Polizei, um diesen Bruder anzuzeigen. Allerdings hat die... Aber ich verstehe es nicht. Das sind ja jetzt 200.000. Ich bin jetzt gespannt, wie es auf 700.000 kommen konnte. Und wie viel Geld muss man haben, um sowas einfach überweisen zu können. ... hat die Polizei direkt gesagt... Hast du von Reeses Chatseite gehört? Nein, ich gar nicht, gar nicht. ... dass man da halt nichts machen kann, weil das einfach zu blau... Äh, es ist eine eine vorige... Ach so, das habe ich ja... ...äugig gewesen ist, als dass das jetzt eine Straftat ist. Es ist nämlich keine Straftat, wenn man das Ganze so leicht durch... Ich hate niemand. Irsut, ich sage mal so, wir haten niemand. Es ist nur, wenn man das von außen betrachtet, ne? Man muss halt auch immer erst mal in die Situation sich hineinversetzen. Aber wenn man das von außen betrachtet, Irsut, ist das halt übelnaiv. Ich meine, stell dir mal vor, du lernst jetzt jemanden zwei Monate lang kennen. Und ich würde sagen, hier, boah, wegen Krankenkasse und so, der hat keine Krankenversicherung und ich habe das Geld nicht, kannst du mir mal 100.000 Euro überweisen? Oder kannst du mir mal 200.000 Euro überweisen? Würdest du mir einfach so, ohne dass du mich kennst persönlich, mir 200.000 Euro überweisen? Also das ist, das ist dieser, das ist halt wirklich sehr, sehr naiv. Und deutlich, es ist natürlich klar, dass es, dass es nicht echt sein kann. wächst küsstig und King Lorenzo meint, ey, holy moly. Schauen kann. Das sagt eigentlich wirklich schon vieles aus, ey. Das Geld haben sie natürlich auch nicht wieder. Ey, ich kann mich jetzt gerade eben ins Stream auf jeden Fall nicht nur irgendwo anmelden. Und jetzt wird es halt noch dümmer eigentlich. Zufälligerweise. Ey, Leute, ich sag nicht, dass man, dass Loredana, dass Loredana deswegen jetzt besser ist oder so. Um Gottes Willen. Ich meine, Loredana hat jemand abgezogen. Es geht gerade darum, dass Loredana komplett beschissen ist und so eine Aktion gemacht hat. Das Betrug, das sind, das, das geht, das geht auf gar nichts. Ne? Ich meine bloß, und das ist auch gar kein Hate oder so, ich meine, manche, die sind halt sehr naiv. Ich meine bloß, wie, wie weird ist das eigentlich, dass eine Frau jemandem so viel Geld gibt, obwohl die Frau die Person gar nicht weiter kennt. Ich meine, sie ist halt sehr gutmütig. Aber halt, das ist halt traurigerweise, zu gutmütig, dass manche Personen einfach ausnutzen, was, was äußerst traurig ist. Ganze so leicht durchschauen kann. Das sagt eigentlich wirklich schon vieles aus, ey. Das Geld haben sie natürlich auch nicht wiederbekommen. Und jetzt wird es halt noch dümmer eigentlich. Zufälligerweise hat sich halt die Anwältin Anna Landmann bei Petra gemeldet und meinte, dass sie halt von dem Betrug zufällig so mitbekommen hat und sie ihr helfen möchte, das Geld wiederzukriegen. Diese Anna Landmann hat... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Okay, das muss ich sagen, das ist jetzt richtig ehrenlos. Weil wenn das jetzt wirklich gerade stimmt, oder was ich jetzt denke, dann wird es jetzt übel ehrenlos. hat sich übrigens am Ende als Loredana rausgestellt. Ich meine, auch das wieder ist doch so dämlich. Also ich meine, die Polizei, der Freund und Helfer sagt dir, nee Digga, sorry, da können wir nichts machen. Und zufällig meldet sich da ein paar Wochen später irgendeine Anwältin, die davon mitbekommen hat, wie auch immer, und sagt einfach so, ey, ich kann dir helfen, das Geld wiederzukriegen. Also wird man da nicht irgendwie ein bisschen misstrauisch oder so? Loredana hat dann natürlich immer wieder Geld von Petra verlangt, für angebliche Ermittlungsverfahren, die es natürlich halt nie gegeben hat. Dazu hat Loredana ihr sogar Schmuck abgenommen. Zum Beispiel so ein Kreuz, was sie zur Erstkommunion geschenkt bekommen hat. Teilweise wurde Petra dann sogar später gedroht. Ihr wurde gesagt, ja, aber das ist, oh man, oh man, scheiße. Ey, vor allem auch noch solche Sachen. Solche Sachen, die du dann nie wieder bekommst. Ey, das tut mir gerade mega weh. Ich meine sogar Wertsachen, also sorry, aber du kannst doch niemandem Wertsachen geben, deswegen. Oh man. Sagt, dass es eine Razzia bei ihr gibt, wenn sie nicht bezahlt, oder auch, dass sie ihren Mann dahin schickt. Petra hat dann sogar Verwandten von Loredana einfach Geld überwiesen, weil Loredana meinte, ja, ja, die helfen mir bei den Ermittlungen. Das ist bestimmt echt. Das Ganze wird aber noch ein bisschen peinlicher, meine Freunde. Dann irgendwann hat sie ein angeblicher Bankchef angeschrieben, per WhatsApp. und meinte so, dass sie jetzt ihr Geld abholen könnte. 375.000 Schweizer Franken in Bar, der Rest wird überwiesen. Alles, was sie dafür, sorry, das ist so dumm, alles, was sie dafür machen muss, ist 25.000 Schweizer Franken in Bar mitzubringen und dann kann sie das Geld quasi bekommen. Aber sie müsste halt noch mal Geld zahlen, damit man ihr direkt... Aber so schamlos auch sowas auszunutzen, ey, Leute, ganz ehrlich, das ist krank. Das ist wirklich absolut krank. Zwickau, grüß dich, Bruder. Schön, dass du da bist. Also, keine Ahnung. Ey, das ist too much, man. Wirklich, das ist einfach viel, viel, viel zu viel. 400.000 in Bar geben kann. Sie hat mit diesem Bankchef wahrscheinlich vorher nicht einmal geredet, sie hat ihn nicht einmal gesehen oder sonst irgendwas. Er hat sie einfach bei WhatsApp angeschrieben. Petra Z hat dann diese 25.000 Euro dahin gebracht und natürlich gab es dann kein Geld. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, das ist so dumm, das ist so fucking dumm. Natürlich hat es sich hierbei auch wieder um Loredana gehandelt, also diesen Bankchef gab es natürlich halt so überhaupt nicht und das ist einfach eine zweite Nummer von ihr gewesen, wo man sie übrigens auch für Interviews anfragen kann, lustigerweise. Irgendwann hat sie das Ganze dann zufällig rausgefunden und zwar als sie ein Foto von Loredana in einer Zeitschrift gesehen hat. Sie hat sie dann damit konfrontiert und Loredana hat dann als Ausrede einfach benutzt, dass sie das halt nur so nebenbei macht, diese ganze Musik. Eigentlich arbeitet sie halt hauptberuflich als Anwältin und ich meine, nachdem du halt schon locker 500.000, 600.000 Schweizer Franken an sie verloren hast und dir auch überhaupt gar nichts gebracht hat, ist es natürlich klar, dass du ihr halt weiterhin vertraust und immer noch mit ihr zusammenarbeitest. Jetzt hat Petra sogar Loredana einfach irgendwelche Autos gemietet. Porsche, BMW, Mercedes. Kein Audi. Digga, was ist mit dir? Loredana hat diese Autos dann sogar teilweise zehn Tage zu spät wieder abgegeben. Deswegen hat Petra eine Anzeige wegen Veruntreuung von Avis kassiert. Nur mal so nebenbei. Und Loredana wurde in diesen Autos sogar geblitzt. Ja moin Digga. Dann ist Loredana schwanger geworden und konnte da halt nicht mehr mitmachen. Dann hat sie halt ihren Bruder... Aber wie fühlt es sich denn an? Also die Frau mietet Loredana ein Auto. Wie fühlt es sich denn an in einem Auto, was eigentlich nicht dir gehört, zu fahren? Also da würde ich mich doch... Also es würde doch vom moralischen Aspekt ja null funktionieren, Leute. Ich habe nur das Gefühl, Loredana hat keine Moral. Die besitzt so etwas wie Empathie nicht. Alter, ist das krank. Bruder vorgeschickt, bei dem sich Petra zu melden hat. Was sie natürlich auch gemacht hat. Also ich hätte da jetzt auch noch keinen Verdacht geschöpft, um ehrlich zu sein. Dann musste sie wegen Loredana einige Tage nach Luzern. Es wurde ihr erst gesagt, dass sie da auf jeden Fall jetzt ihr Geld bekommt. Ihr wurde auch da von Anfang an gesagt, in welche Hotels sie zu gehen hat und sie durfte halt die Stadt nicht verlassen. Sie ist dann einige Tage da geblieben, auch in etwas höherwertigen Hotels und am Ende ist sie halt wieder nach Hause gefahren und hat natürlich kein Geld bekommen. Wer hätte damit gerechnet? Nach diesen traumatischen Erlebnissen ist sie halt zusammengebrochen und hat sich professionelle Hilfe gesucht und auch Anzeige gegen die beiden erstattet. Loredana wurde dann auch irgendwann wegen Betrug festgenommen, allerdings ein paar Tage später wieder freigelassen, weil es wohl keine Gefahr einer Flucht gab. Lustigerweise ist sie dann erstmal in den Kosovo geflogen. Vor allem stellt sich natürlich auch die Frage, warum hat man denn erst so spät gemerkt, dass sie einen abzieht? Und die Aussage von Petra ist einfach, ja also sie hat gesagt, wir schaffen das. Jetzt weiß ich endlich, wie die Merkel-Wähler aussehen. Loredana hat ihr nach einem Besuch immerhin 3000 Franken überwiesen. Sie meinte, dass es ab jetzt monatlich kommt. Ob das aber wirklich passiert ist oder nicht, wird im Beitrag halt leider nicht erwähnt. Das ist so circa alles, was bisher passiert ist. Natürlich muss man hier noch sagen, dass für Loredana immer noch die Unschuldsvermutung gilt. Bisher hat Petra recht von einem Gericht bekommen. Nun muss der Staatsanwalt halt noch eine Klage erheben und dann wird es wahrscheinlich frühestens 2021 zu einer Verhandlung kommen. Was soll man dazu abschließend sagen? Eine Menschen wirklich so krass zu schaden, finanziell als auch psychisch ihn so kaputt mit seinem Spielchen ist halt eine Sache, die wirklich überhaupt nicht klar geht. Ich meine, hast du irgendwie kein Gefühl für andere Mitmenschen oder so? Ja genau, das habe ich ja gerade auch gesagt. Empathie kennt sie wahrscheinlich nicht oder Emotionen zeigen oder so. Ich meine, die hat sich dafür ja noch gar nicht geäußert. Dann sag doch einfach, ey, hier war scheiße, ich stehe dafür gerade, klar, also für mich persönlich muss sie in meinen Augen ins Gefängnis. Also wenn Steuerhinterzieher ins Gefängnis gehen müssen, dann muss sie dreimal ins Gefängnis gehen, weil das einfach nur Abzocke ist. Ich meine, tut dir das nicht weh, wenn du siehst, wie dieser Mensch immer weiter und weiter kaputt geht? Ich meine, du hast ihn einfach 700.000 Schweizer Franken weggenommen und es war anscheinend für dich bis heute komplett in Ordnung, weil weder eine Entschuldigung noch ein Statement noch sonst irgendwas gekommen ist. Ich meine, selbst wenn du das irgendwie klein halten möchtest, gib der Frau doch einfach wenigstens 800.000 Euro zurück. Dann hat sie noch einen Mini-Bonus obendrauf und dann ist doch sie hat keine finanziellen Probleme mehr und kann ihre Schulden zurückzahlen. Stattdessen, obwohl du ja jetzt mehr als genug Geld hast, ist es dir halt einfach scheißegal, was du mit dieser Person gemacht hast. Ich verstehe Menschen nicht, die so sind wie du. Ich hoffe wirklich, dass es zu einer Klage kommt und ich hoffe auch, dass du im Knastland bist, denn genau das hättest du verdient. Was sagt ihr zu den Ganzen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Bis dann. Ja, das Traurige, es hat auch einfach, weißt du, MrRetson, vielen Dank für den Follower und Emergency, vielen, vielen Dank für den Follower. Das Problem ist, was ich halt sehe, sie hat halt einfach ein Kind und das Kind ist halt in der Zeit keine Ahnung wo. Ich weiß es nicht. Die muss ihr Kind dann sozusagen bei den Eltern abgeben oder so und deswegen finde ich das einfach nur mega traurig. Ja, es ist auf jeden Fall ein gutes Video. Ich finde es gut, dass jemand was dazu gesagt hat, der groß ist, sage ich mal, eine große Reichweite hat, ist aber unglaublich traurig, dass es sowas gibt, dass es solche Betrüger gibt und diese Betrüger wirklich unterstützt werden, diese wirklich supported werden von der Community. Das ist unglaublich krass. Die hat einfach 2,8 Millionen Follower auf Instagram. Das nun mal so, das ist Wahnsinn.